Der DTZ, der Deutsch Test für Zuwanderer, ist eine sprachliche Abschlussprüfung nach einem Integrationskurs in Deutschland. Die Aufgaben sind auf dem Niveau A2-B1 und in ihrem Zeugnis steht es dann ganz genau, was für ein Niveau sie erreicht haben. Bei B1-Prüfung sind alle Aufgaben auf B1-Niveau und um einen Test B1 zu bestehen, müssen Sie nicht unbedingt einen Kurs besuchen. Ja, okay, das machen wir. Haben Sie auch eine Frage, Chantre? Ich habe eine Frage. Wann machen wir die Prüfung? Mhm, okay, gut, danke. Die schriftliche Prüfung dauert beim DTZ 100 Minuten und beim Zertifikat Deutsch 150 Minuten. Der Test prüft das Hören, das Leseverstehen und das Schreiben. Danach macht man dann noch eine mündliche Prüfung und die mündliche Prüfung dauert 15 Minuten. Das Hörverstehen. Beim DTZ hört man jede Aufgabe nur einmal und beim Zertifikat Deutsch B1 ist es nicht so. Das Leseverstehen dauert beim DTZ 45 Minuten und beim Zertifikat Deutsch 90 Minuten. Was bedeuten die Sprachbausteine? Das sind die Aufgaben in Briefform mit den Lücken. Beim DTZ haben Sie einen Brief mit sechs Lücken und beim Zertifikat Deutsch haben Sie zwei Briefe mit jeweils zehn Lücken. Da müssen Sie entscheiden, was in die Lücken reinpasst. Die Lösung A, die Lösung B oder die Lösung C. Da wird die Grammatik geprüft. Ein Brief schreiben. Dazu haben Sie 30 Minuten. Beim DTZ bekommen Sie eine Beschreibung von zwei Situationen. Sie müssen dann entscheiden. Nehmen Sie die Situation A oder die Situation B. Dann schreiben Sie einen Brief. Und beim Zertifikat Deutsch bekommen Sie einen Brief und Sie müssen eine Antwort schreiben. Bei beiden Prüfungen müssen Sie jeweils vier Leitpunkte beschreiben. Schreiben Sie möglichst viel. Schreiben Sie zu jedem Punkt zwei schöne große Sätze mit den Nebensätzen. Und so zeigen Sie, dass Sie auf dem Niveau B1 schreiben können. Achten Sie bitte auf die Grammatik. Die mündliche Prüfung dauert 15 Minuten. Aber beim Zertifikat Deutsch haben Sie noch 20 Minuten Vorbereitungszeit. Die mündliche Prüfung ist eine Paarprüfung. Das heißt, dass Sie bei der Prüfung zu zweit sind. Die Aufgaben sind gleich. Sich vorstellen, über ein Thema sprechen und etwas zusammen planen. Sprechen Sie bitte so frei wie möglich. Und machen Sie bitte B1-Sätze. Können Sie mir bitte sagen, wenn ich die Prüfung nicht bestehe, könnte ich nochmal wiederholen? Ein Zeugnis auf dem Niveau B1 bekommen Sie, wenn Sie im Testteil sprechen und in mindestens einem anderen Testteil, also das heißt hören und lesen oder einen Brief schreiben, das Niveau B1 erreicht haben. Das Sprechen ist also sehr, sehr wichtig. Wenn Sie nur A2-Niveau erreicht haben, können Sie 300 Stunden wiederholen und dann noch einmal einen DTZ schreiben. Beim Zertifikat Deutsch sind dann die schriftlichen und die mündlichen Prüfungen getrennt und in jedem sollte man plus 60% von den Punkten erreichen. Wenn man einen Teil nicht bestanden hat, kann man nur diesen Teil wiederholen. So sieht es aus. Aber ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg und alles, alles Gute. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020